Ja, ist krass die Idee für Wochenende, weißt du? Kannst du machen, Cabrio mit Flex? Oder wir haben eine super Disco mit super geile Umfmusik. Und das mit dünner Kebab? Kannst du in die Brot direkt mitnehmen? Fahren wir nicht zum IAW? Das war doch abgemacht. Wir wollten am 13. zum Dürerhof in Hessen fahren. Vom Hörspielprojekt. Hörspiel, bist du schuld oder was? So scheiß direkt mach ich nicht. Dein Einwand ist abgelehnt, mein Lieber. Das sind doch nur Vorurteile. Das IAW-Treffen wird voll krass. Und da gehen wir hin. Kapiert? So, und jetzt Abflug. Abflug? Krass, Alter. Noch ein Wort und ich krippelack. Oh Mann, dann bleib doch zuhause, du Idiot. Willst du mich schon machen oder was? Hey, hey, bleib doch mal ruhig. Alter, wir haben uns schon alle verbindlich angemeldet. Auch dich. Scheißdreck, Alter. Okay, fahren wir halt hin. Und der Dörner geht an mich.